Hallo und willkommen zurück zu Shenmue 2 Playstation 4 und ich sage euch jetzt schon mal in dieser Folge, die Katzen sind mit im Raum, ich muss aufpassen hin und wieder, also werde ich hin und wieder mal in Wette stoppen. So, wie war der Plan? Als aus Gästehaus raus, links, rechts beim Sushi-Laden, dann geradeaus. Wir haben ein bisschen Geld bekommen eben. Oh, hier ist die Karte. Eine Karte. Eine Karte. Äh, das steht aber nicht dran, die Laden. Ah, wir sollten ja bei den Glücksspielern fragen. Aber die White Dynasty. Warte mal. South Camming sollen wir ja hin. South Camming sollen wir ja hin, auch gut. Eine Karte. Da unten. Also rechts, links, runter und dann unten. Kann natürlich sein, dass wir das zeitlich nicht schaffen, weil dann wieder dunkel wird, aber gut. Diesmal gibt es zumindest keine Mutter, die mich zu Hause nennt. Nervt. Sagt, hey, ich hab jetzt mal früher da ruhig gekommen. Gwang Martial Arts School. Der Bank hat so Chinesisch. Aber das ist so geil hier. Oh. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Was willst du? Nur gucken, nicht anfassen. Er ist ein Gäste. Lass ihn durch. Entschuldigung. Die Katze. Ja, sie dreht durch. Wir gehen mal zu ihm. Entschuldigung. Kann ich dir helfen? Entschuldigung. Hm. Ja gut, das ist mehr. Ich verstehe. Vielen Dank. Das Südkommission Quartal ist vor. Alles klar, gehen wir hin. Ich freue mich, also damals hat das Spiel bei uns der Dreamcast öfter mal an bestimmten Stellen hier geruckelt in diesen ganzen Ecken. Bin ich mal gespannt, ob es das immer noch macht. Entschuldigung. Entschuldigung. Welcher Weg ist es zu den Yanten-Aspartements? Hm. Ich bin ziemlich sicher, es gab eine vacante Stadt über die Straße. Äh. Kannst du mir... Es ist nach der Südkommission. Du solltest einfach... Ich verstehe. Äh. Ich werde herumfragen. Alles klar. Äh. Wo war denn das noch? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, hier. Warte mal. Ja, sagt bloß. Ah, Yanten-Aspartements. Ah, einmal... Äh. Um die Ecke da rum? Ne, Moment. Oh Gott, jetzt habe ich... Oh, das ist... Ich kaufe mir mal eine Karte hier, ne? Könnte auch mal vom Vorteil sein, dort zu kaufen. Hm? Eine Karte? Ja. Eine Karte? Ja. Eine Karte. Sie kommen nicht in Hand. Die Katze ist mal wieder in den Karton gefallen. Nein. So, das macht es doch alles ein bisschen angenehmer. Äh. Ich bin zuerst. Sind wir gerade trotzdem nicht weiter. Moment. Äh. Versucht die Karte zu inziffern? Hä? Das macht mir gerade gar keinen Sinn. Ich drehe gerade ernsthaft den Kopf. Mal haben wir da, wenn da der Park ist. Okay, dann gehen wir zurück und einmal links rum. Die Katze ist im Karton. Da ist das Vorsicht für die Meerschweinchen drin, auch gut. Ja, Yantenne Apartments, alles klar. Wenn du dich sicher gerade irgendwie... Oh, nein, hier ist die Karte. Oh, nein, hier ist die Karte. Ich werde nicht diesen Ort verlassen. Ich schaue Li Xiaotao. Was würde ein Punk wie du mit Li Xiaotao wollen? Kennst du ihn? Li Xiaotao hat nicht mit Landsharken geschehen. Ich bin kein Punk und ich bin kein Landshark. Warte! Geh raus! Ich werde nicht hier verlassen, auch wenn ich sterbe. Verwirrte alte Oma. Äh, was war das 205, ne? Alte Frau getroffen, weiß vielleicht etwas über Li Xiaotao. Geh, zunächst sitzen wir das 205, alles klar. 205, bestimmt zweiter Stock. Jawohl, 201, 202... Ja, 205. Äh, nein, das ist 200 Punk. Entschuldigung. Bist du Master Li Xiaotao? Natürlich nicht. Kannst du nicht sagen? Wann wirst du nichts über... Master Tao? Master Tao ist nicht mehr hier. Master Tao hat weggezogen. Hm. Do you know where he moved to? I don't know where, but... So, you do know something then? I'm hungry. I haven't eaten all day. Huh? You sure are dense. I'm saying, I'll tell you for the right price. Hm. Ja, komm. Geh mir mal 50, zeig, sind wir mal schwindabler. Wo ist er denn da? Du weißt, was ich spreche. Es ist ein Ort in der Weismanns-Kurte, die man nennt man-mo-something. Man-mo-something? Ja, das ist alles, was ich weiß. Ein Ort in der Weismanns-Kurte? Ich verstehe. So, ähm, Man-mo-suchen, Weismanns-Kurte. Ich glaub, da hieß irgendwie, jeder zweite Laden fing mit Man-mo-an oder so. Aber gut. Geh mir mal weiter. Ich glaub, da kommt nicht die Alte schon wieder raus. Gut. Äh, äh, ja, jetzt müssen wir natürlich, wo ist Weismanns-Kurte? Ja, ach, was? Ah, äh, haben wir durch? Links, rechts. Glaub ich. Diese Glücksspiele sind relativ cool. Werde ich mal bei Gelegenheit zeigen. Ah, Man-mo-China? Oh nein, stimmt. Hier ist wirklich alles Weismanns-Kurte. Alles mögliche Man-mo. Äh, da, Weismanns-Kurte. The Weismanns-Kurte is ahead. Äh, Man-mo-antikste. Da heißt jeder Scheiß-Laden fängt dann mit Man-mo an. Das ist wirklich das Problem. Ort namens Man-mo-fit. Ja, alles heißt hier so. Ich glaub, es hat sogar zu, oder? Hey. Ah, ich guck. Ja, ich guck, es ist hier. Ja, ich guck, es ist hier. Ich bin der einzige, hier. Ich habe gehört, dass Master Tao in einem Shop-Kurte mit den Worten Man-mo in der Name. Ja, es gibt so viele Pläste hier. Ja, ich guck, es gibt so viele Pläste hier. Ja, ich guck, es gibt so viele Pläste hier. Ja, es gibt so viele Pläste? Ja, aber ich weiß nicht mehr Pläste. Es gibt so viele Pläste. Ja, ich guck, es gibt so viele Pläste, dass der Man-mo-bistro... Der Man-mo... Ja, ja, es ist mir scheißegal, Man-mo, bis wo... äh... Ah, ich glaube, ich weiß, wo das war. Äh, der würde aber gleich ins Bett wollen. Man-mo-medicin. Hier ist wirklich jeder Scheiß-Laden, Man-mo. Und hier brauch ich schon wieder eine neue Karte. Ein Bild von dieser Geburt. Ja... Man-mo-Tempel, Man-mo-Tempel, 100% war das der Tempel. Was soll denn sonst sein? Okay... Näh, 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 er würde bestimmt zu haben. Oh, ich hab grad so ein Déjà-vu hier längs zu gehen. Ohne Witz, das ist sooo krass. Und wie gesagt, ihr merkt, dass es ist viel größer geworden jetzt. Äh, Moment, das war es. Scarlet Hills ist vorhanden. Eine Karte. Ja klar. Kannst du irgendwas lesen hier? Hey, da ist noch jemand! Hallo! Hallo! Entschuldigung. Willkommen. Ich schaue einen Markt mit dem Namen Manmoh. Manmoh Tempel. Schau auf die Straße. Manmoh Tempel. Manmoh Tempel. Jetzt zu. Schließt um 7 Uhr ab. What? So früh? Ah, super. Ich sehe witzig, warum er recht schade ist. Ah, nee, warte mal. Das waren meine dummen Fotos. Geheim? Ah, okay. Das sind immer neu gesperrt. Event Fotos. Ja, das sind die alten Fotos von dem ersten Teil. Sehr schön. Äh, Moment. Er hat noch viel mehr Sammlungen und Gegenstände eigentlich. Warum haben wir den Schwerthandschutz? Amulett. Oh, das war von links. Ja gut. Kann ich jetzt... Warte mal. Okay. Ne, wir müssen nach Hause ins Bett. Dann werden wir erst mal morgens um 8 Uhr von Joy abgeholt. Wegen wir brauchen... Money, Money, Money. Oh, jetzt müssen wir bis zum Kammer-Orchesterhaus zurücklatschen. Willst du mich verarschen? Das... Gut sagen, hallo. So. Wo bleibt denn die anfängliche Ladezeit? Ah, hier ist eigentlich noch gut, was ist los hier auf der Straße, ne? Krass. Boah, ich smell ins Kung-Fu. Da kann ich bestimmt Schriftrollen kaufen. Ohne... Man kann sich hier so dermaßen verlaufen, das ist so ekelhaft. Also in der Antikste kamen wir ja her. Genau. Äh... Müssen wir einmal zurücklatschen. Die Appartements wollten wir ja nicht. Scheiße. Boah, ich muss mich eigentlich erstmal wieder zurechtfinden hier, ne? Waren wir bei der White Dynasty? War das da? Ich weiß es gerade nicht. Ich guck mal. Gehen wir mal auschecken. Ohne... 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 Es ist ziemlich late jetzt. Ja, ach was. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ein Bild von dieser Umgebung. Ja, ja. Ja... Ich bin falsch. Oh, ey, bis ich mich hier wieder auskenne, ne? Es gibt so viel Glücksspiel. Das ist krass. Äh... Fuck you, alter. Dann gehen wir eben rechts rum. Hä? Ich bin falsch gelaufen. Ich kenne mich doch noch nicht aus. Und nicht mehr. Aber wer die Folgen verfolgt, besonders Uwe und andere Herr, äh... Es ist im zweiten Teil definitiv größer geworden. Und viel umfangreicher. Genau. Ah, wir sind richtig. Schon mal gut. Wir suchen nur Bettenhausen. Und für diese scheiße Ecke hier, ne? Werde ich mal auf jeden Fall eine Karte besorgen. Äh... Wenn ich denn da so ein Ding mal finde. Äh... Ne, da wollen wir jetzt nicht lang, ne? Ne, da wollen wir jetzt nicht rüber. Scheiße. Hä? Ich habe mich schon wieder verrannt. Stabte Möhre. Oh, scheiße. Nee, nee, lass mal. Green Market. Ah, wir müssen ins Green Market. Äh, wo sind wir? Verdammt! Die Katzen kriegen wir noch zu Weißblut. Ich will nicht nachher überziehen. Ich gucke mir jetzt die scheiß Karte an. Wir sind Green Market. Willst du mich verarschen? Wie dumm kann denn ein einzelner Mensch wieder sein? So, hier, guck Karte an. Guck Karte richtig an. Oh, na. Ja, ja. Ach Gott, wir müssen ja noch komplett rumlaufen. Bis wir da ankommen, ist er sowieso freiwillig im Bett. So, muss ich eine Karte kaufen? Nein. Ach so, das war nur eine grobe Richtung. Hier ist es doch. Äh. Hier ist es doch. Perfekt. Dann gehen wir mal rein. Ja, ab einem bestimmten Zeitpunkt läuft er selber zum Bett. Aber ich glaube, hier ist es noch später als sonst. So, ich hätte gerne jetzt mit einer Karte. Verdammte Kacke. A map. This area. Good. Sehr schön. Und ab in der Haier. Tada. So, dann wird erstmal... Ah! Nicht Optionen. Speichern. Neuer Spielstand. Neuer Spielstand. Wo eine Kasse das weiß ich, wo die zweite das weiß ich nicht. Nein! Schlafen. So. So. Muss dein Bruder gelassen. Katja. 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 Katja, Katja, Katja. Keine Ahnung. Hä? metal Tag. So. Look out. So. **** Oh nein. Ich weiß das was die Jobs waren. Ich glaube ich weiß das wieder. Oh, das war ya zu Kacke. Oh, keine Sorgen, das müssen wir nicht aufmachen. Das fällt mir echt wieder ein. Ich glaube, es ist 38 Dollar per Nacht. Sorry, hier ist das. Danke. Und wieder in dem Hafen. Oh, Joy. Guten Morgen. Ist der Boss hier noch? Ja, er ist im Hintergrund. Gehen Sie hin. Jeder hat wieder Respekt vor Joy. 10 Dollar. Be careful with the crates. Loud and fussy as usual. Yo, Joy. Your tongue is as sharp as ever. Who's he? A friend. Hey, can you give this boy a job? This boy? Don't get upset with everything I say. Please, Mr. Soon. I don't mind. He looks like he's got guts. Oh, definitiv. True. Okay, go over to the guy with the beard. Thank you. Thanks. Good time, Joy. See you. Ja, ein bisschen Geld verdienen. Muss halt sein, ne? Aber wie gesagt, keine Sorge. Das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie mega oft erst machen müssen. Doolin. Hallo, Doolin. Hi, I'm Dior. Let's get started then. Move as I tell you to. Okay, we're going to carry it over there. It's heavy. Don't drop it. Ja ja. Da. 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 Okay. Unless I tell you otherwise, keep pushing forward. Sure. Da. 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 Ba. Ta. De. Ba. We're putting it down. Yeah. Here. We made the perfect pair. Okay, next. Das ist so eine dämliche Arbeit. Next we'll carry this one. Ach was. Hey Joe, schau dir mal diese Kiste an. Left. Left. Ja. Ja, gut, ne? Ja. Left. Ja. Ja. Right. Ich würde sagen, ihr lasst mich nur weiter. Verdammt, ihr habt nicht hingeguckt. Ich hoffe, nichts ist gebrochen. Ja, ja. Ja, lasst mich mal weiterarbeiten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.